Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich sehr, dass ihr im Start seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich hoffe, ihr hattet einen tollen Tag. Ich hoffe, bei euch ist alles richtig, richtig, richtig geil. Heute gibt es mal ein Gameplay und zwar mit dem guten alten Master Yi in der Mitte. Ich weiß, Achtung, was ist hier los? Ich weiß, jeder hasst Master Yi und sogar ich hasse Master Yi. Aber es gibt hier eine kleine Ausnahme, die man zu verzeichnen hat und zwar ist das der Midlane Master Yi auf Full Movement Suite und auf Full Kern Retarded und auf Full hoffentlich lustig. Wir spielen allerdings gegen Irelia Midlane, was wahrscheinlich sehr, sehr eklig werden wird. Wir müssen mal gucken, ob wir das überhaupt hinkriegen. Ja, ich würde sagen, wir gucken einfach mal. Ich habe mal eine Flussballstücke gestartet. Items, die wir haben, ganz schwiegendes Thema, beziehungsweise Runen. Wir haben nämlich Face Rush mit am Start. Wir haben, also Conqueror wäre wahrscheinlich richtig geil gewesen, aber ich habe halt alles, was richtig schnell macht, quasi am Start gebracht. Deswegen sind wir traden-technisch super schwach gegen Irelia. Irelia ist ja so dieser Champ, der übel auf die Fressant, aber vielleicht können wir ja was machen. Flussport Autotech, Flussport Autotech. Oh lol, sie ist fk. Oh lol, und jetzt kommt mein Face Rush zum Geld. Und jetzt dodgen wir das. Nice gedodged. Und jetzt drücken wir Ghost und drücken Flash. Und rennen weg. Okay, jetzt habe ich sie genau da, wo ich sie haben wollte. Perfekt. Wir haben nämlich jetzt schön alles ausgespielt von ihr. Sie ist schön laut, Flussport zu laufen. Können wir auch mal... Okay, sehr gut. Zack, und jetzt hat sie das auch noch benutzt. Also besser hätte es gar nicht laufen können, Leute. Very good. Außerdem muss man ja auch berücksichtigen, Ghost hat keinen Cooldown. Na, Ghost hat einfach keinen Cooldown. Ghost ist immer ready. Ähm, wir müssen vielleicht potenziell... Ja, einen Gang zurückfahren. So einen kleinen Gang. Einen kleinen Gang. Wir haben mal eine Q-Rein. Mist. Okay, aber mit denen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Merci beaucoup. Oh, hier kommt ein Gang. Kommt hier ein Gang? Kommt hier ein Gang? Man weiß es nicht. Vielleicht... Okay, ähm... Ich würde sagen, wir farmen uns einfach erstmal ein bisschen hoch, bis wir richtig leckere Items haben. Guck mal, das haben wir perfekt gedodged durch meinen insane heftigen Skill, den man auf Masse je benötigt. Ähm... Ah, ich kriege... Oh, den haben wir sogar bekommen. Autotick! Bäh! Und noch ein Autotick! Bäh! Ah, ich weiß nicht, will ich da... Und... Perfekt. Guck mal, Leute, man kann mich auf den Mana-Vampir nennen. Langsam hat sie kein Mana mehr. Ich sauge sie langsam aus. Wie so eine Fledermaus. Die Mana saugt. Ne, und sobald sie gleich leer ist, habe ich sie da... Wer I want, hör, unsere Silvertablet. Silvertablet-Sprung! Autotick! E-An... Aktiviert. Ah, eigentlich? Jaaaaaaaaaaah! Was? Wo ist mein Weg? Ich hab... Nee, nö. Ich kann nicht sie... Ah, Mist. Ich hätte sie jetzt gehabt. Da war ein Fehler. Ne, ne Q reicht auf jeden Fall nicht. Wir müssen jetzt 20 Sekunden warten. Heilige Kartoffel. Aber dann können wir uns heilen. Wir bleiben einfach hier hinten. Side-seeing. Ah, 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 ah. Okay. Unlucky. okay so gut sie jetzt sind wir wieder sehr gut am start kummer richtig geil am start die frage ist wir haben 13 zu 32 13 zu 32 jetzt aber das gar nicht schlimm weil ich spiele gerne von behind weil dann kann nicht quasi nicht mehr behind fallen das ist ein großer vorteil wenn man das so im gehirn hat wir nehmen wir hier alles mit zack 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 guck mal jetzt können wir auch durch raschen sie ist immer noch da rein theoretisch aber ich meine sie ihre besser wir machen mal hier in worten ein wort nie eine wort nie hier gang wo sind die gangs ich würde sie gerne feiten am besten bevor sie ihre stacks aufbaut kommt auto tech auto tech auto tech auto tech außerdem ganz ehrlich mal ganz kurzes fragen ja ich musste das wäre aber ich habe es nur als auto tech reset benutzt deswegen machen wir machen wir machen wir machen kommen wir gehen mal passt auf wir machen so das ist der hidden shinobi kuno bild sehr gut sehr 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 gut so immerhin naja 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 was sind 15 leute später wenn du so 800 cs und der gegner 815 ja mein gott interessiert niemanden also wirklich was für lucky er ist ja also die weh musste ich habe ich halt nur auto tech reset hätte ich die länge gechant hat er hätte auch ein auto tech mehr gemacht habe ich auch schon so sie ist level 6 ich auch okay cool ich muss eigentlich nur das blocken auto tech cool bauen planning und ju jetzt machen kukau der ein kukau das hätte es gereicht werden worden waren ist aber okay wir könnten jetzt auch zwischendurch einfach mal einen super travel machen einen train station elevator move das heißt wir machen einfach den persian russia oh lol lol ok können wir nicht einfach passt auf ich mag aus dann und jetzt den ersten auto tech in to auto tech in to a tech in to slipper die bitte 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 sehr gut jetzt gehen wir schon ich wollte noch eben so ein bisschen geld ein bisschen geld bitte einmal bisschen geld bitte ihr erhaltet das mal in der mitte da bitte wäre sehr geil so die nehmen wir alle mit ruinieren schön mal die lane naja weil die ist jetzt richtig kann die steht jetzt richtig scheiße die lane außer wenn vielleicht sagen vielleicht hat man glück naja glück guck mal zack da machen wir mal eben hier die flotte karotti schuhe von deichmann sind die glaube ich wenn ihr fragt kreffling in der beschreibung ja schön 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 3 1 schön 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 leute css wer braucht css wer braucht css ich nicht so warte leute was ist hier wer 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 ist er eigentlich kommt slash slash wir haben keine ad das ist harsch und sie ist level 7 aber wir haben mehr items als sie längst hat sie jetzt wieder alles ready wir machen mal hier so eine q und nehmen ihr ein prank ein prank ein prank wir könnten rein theoretisch wieder zur botland travel was spricht dagegen hold die line sagen wir in die mitte wir bräuchten das wäre gut wenn sie dings level 6 wer die morgana kommen ein geiles bein geiles bein machen geiles bein ein geiles bein du musst du ein geiles bein machen geiles bein macht ein geiles bein sehr sehr geil sehr sehr scheiße dafür muss ich jetzt einmal durch taxieren taxierung wurde initiiert so sehr gut das ist hier schon wieder los leute ich bin noch auf der durchreise stop ja okay jetzt gehen so und jetzt machen wir einfach was ist hier los was ist hier los ja ich habe nischt eine helft no nothing no die kennt mir oder und slash sehr gut sehr sehr gut ist komplett weg ist lässt man könnte mich auch die slash machine zack zack die frage ist ich habe noch überhaupt keine ahnung was wir für items bauen also wirklich ja keine ahnung gar keine ahnung mehr sind welche richtung gehen wir doch ich glaube es kann werde ich niemals zeigen das werde ich niemals abbauen können ich würde sagen erst mal den runen und king oder runen und king macht dass sie schneller renne ich mache den gegner langsamer und mich schneller ist ja eigentlich nicht schlecht na was ist hier unten eigentlich los leute was passiert da die ganze zeit so meint ihr wir können die feiten die hat ninja da bis wir könnten einfach mal so eine initiierung ich glaube wir proben sie erst mal wieder sie hat ja von trading das muss immer erst weg guck mal jetzt hat sie das schon raus ist eigentlich perfekt jetzt wäre aber sie hat konkurrer sie hat eigentlich spricht alles dagegen sie zu feiten genau deswegen feiti ich sie ja und die sind 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 und dieser flash auf die stelle zack zack gemacht ja okay der flash war komplett kern quer geboostet irlia nice design reported well played thanks for that job ja war dein bad nee also ja also ich hätte nicht flashen müssen ich war irgendwie schneller als ich gedacht habe als mein gehirn arbeiten konnte ja und ja scheiße und das ist irlia ninja da bis er brauchen und sie hat jetzt einfach das ist unfair sie spielt einfach unfairen champion so wie sieht aber unten hat gehen kill gemacht das ist fein mir sagen aber leute ich würde mich wiederholen ich weiß gar nicht warum und hat ein kill gemacht das war okay da müssen wir jetzt vielleicht müssen wir ein bisschen ruhiger vielleicht vielleicht ein bisschen ruhiger ein bisschen ruhiger vielleicht können wir auch eine platte wäre richtig geil eine platte wäre richtig dafür würde ich sogar holt ziehen wenn ich eine gehabt hätte eine gibt mir eine diese platte jetzt her dankeschön 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 auch wer ich das hier macht eigentlich nicht na oder macht kein auge kein auge bitte machen ich habe keine ressourcen für diesen scheiß hier so was das dragon mäßig die an entfernen ist natürlich überhaupt nicht geil ein nicht gang was ist hier los ein nicht gang leute hier sind gang man ich mache nicht schaden das ist die combo werde ich combo guide kommt online ich hoffe ich habe euch damit sehr geholfen ist eine komplexe combo und auch sehr komplex meistens also muss man wirklich schon studieren und so wir slashen hier noch mal so ein bisschen die scheiße aus dem turm heraus das ist richtig geil was will die denn jetzt gehen wir fort geht ihr bitte fort ob sie bitte was ist das für ein chase ich meine was ist das für ein chase so frage ist gehen wir jetzt ditte oder ditte oder machen wir erstmal was an eigentlich bräuchte ich auch gerne so krit und so bauen und so ist was ich mein macht ja auch schneller also ein fan im den so fänden den so wir bestimmt wir mal erstmal rune king weil rune king ist wobei sie halt eigenheit hat naja aber ja schauen wir mal sie wird das ist auf der schauen wir mal ja ich möchte vielleicht auch mal den gräfst töten den gräfst wer fehlt mir noch stopp 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 Ghost und weg Ah ok Ja ok Kann ich dir eigentlich ghost während der weh zählen können bestimmt oder aber dann hätte das wäre sehr auffällig gewesen Dann Shit Warum ist trash in der mitte Ja wer fehlt mir denn jetzt hier Graves Ja guck dann brauchen wir Graves noch Grapefoot Graves Na man hat trash den kill bekommen der gute trash Der gute trash Der alte trash Ok dann gehen wir jetzt einfach mal top lane Ich hab keinen Bock mehr auf mit lane ganz ehrlich platten ist jetzt eh vorbei das thema Wir gehen jetzt top lane runter rennen Oh was ist hier los die ist tot Vane is dead Dead Vane is dead So können wir Quinn besiegen Wenn ich an sie ran springe ich muss eigentlich nur Ne ich kann Ja Ne sie ist eh weg Scheiße Warum ist sie denn jetzt hier kann sie nicht mit lane gehen Ja Irelia zu strong Leute ich kann die nicht fighten Ok vielleicht hat sie auch ein paar mehr zu essen als ich aber Ähm Komm schon Gebt mir die Minions ganz schnell Wir brauchen jetzt Geld Wir brauchen jetzt ganz schnell Geld Ich müsste Makal abarbeiten Oh man das aber Ja dann gehen wir jetzt schnell wieder runter rennen Das könnte genau passen So wir packen noch einen Punkt in die W rein Ich glaub das bringt mir mehr Ja 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 Bin unterwegs Auf'n Meter Sofort da Gleich Sekunde 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 jetzt und auto tech auto tech auto tech platz port auto tech platz port auto tech auto tech das ist die combo platz port müsst ihr auch immer drei stück rein aktivieren zwischen den auto text ganz wichtig ganz ganz wichtig zwischen den auto text es muss nahtlos übergehen guter flash babababababab budi ja dass ich meine ente aber also was ohne witz du hast so glück dass die irelia blind ist der graves ist herunter gerannt aber das steht halt einfach um t-rex neben die regel ja so was macht die hier für eine phase stoppen macht stopp machen phase wir brauchen wir okay wir trocken das leute die elise ist halt aus papier muss man sagen ist halt das papier wir haben auch kein tank ist nicht so geil die gegner haben aber auch kein adress haben die aber sonst so machen wir meinen john king und king ist fertig schön als nächstes als ich würde mich ja glaube ich auf phantom dancer sehen der macht schnell und sieht cool aus ich habe ghost will ich da rein ist die frage potenziell ja aber auch potenziellen nein sie sind very low aber ich bin noch nicht so weit ja mit riven allerdings schon kopf ghost alles an every everything is an und feuer auto tech kill rennen 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 q auto tech auto tech flash port auto tech auto tech hinterjahren deutschen auto tech auto tech laufen shit shit es war so gut geplant okay aber gut so jetzt kommen wir gehen wir jetzt auch fertig glaube wir gehen auf händen wer schneller rennt ist schneller da not bad schlecht ging wir sozusagen diesen drake da leute texte drag die leute 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 morgana glück habe alle diese ob wir diese kalstex jemals arbeiten werden man weiß es nicht das ist so mein goal für 2020 dieses kali abzuarbeiten so wir sneaken uns der macht jetzt da golems oder so und wir sneaken uns da jetzt außen rum wir haben noch keine ultimate eigentlich müssen wir noch einen sekundischen warte durchfahrt und lag einmal bitte deine wahnkarte wir haben keine schöne deutsch und genommen ok sehr gut so einmal hier durchkommen jetzt lassen wir jetzt fahren wir richtig durch leute wir fahren jetzt die scheiße aus der map raus ich weiß nicht ob ich noch einen rage blade brauche eigentlich wenn ich rune king habe wer rune king sagt sagt auch rage blade oder ist das so ist das so jetzt nehmen wir richtig die cs mit leute jetzt habe ich seit 30 minuten nicht mehr gefahren zack zack und zack und jetzt nehmen wir auch den tower direkt mit und wenn jetzt gleich jemand kommt dann nehmen wir den auch direkt mit wir haben zwar kein großer wir haben ultimate Zack, sehr gut Oh shit, aber das ist okay Root King drauf, Ultimate und jetzt einfach E, Outletech, Outletech, Outletech Wee Sie ist immer noch da Okay, sie geht weg, schade Na gut, aber ist okay, ist fine Jetzt können wir vielleicht noch schnell den Jungle leer räumen Hier Das wäre richtig geil Vielleicht ist der Blue Buff noch da Ne, okay, gut, dann gehen wir im Choppen Wir haben 1,4, das ist, ja 1,8 wäre noch besser Leute, das fahren wir noch zusammen Ich würde sagen, das fahren wir noch eben zusammen Coming, coming mit Bitte, don't take Don't take Nice So So, dann nehmen wir noch eben die Papageien Leute Rückzug Rückzug, 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 sag ich da So, sehr gut Und jetzt haben wir Fandom Dancers Sehr geil So, jetzt Ganz, ganz wichtig 4 Punkte W Danach E-Max So, Fandom Dancers da Jetzt sind wir schnell Und geil Jetzt brauchen wir, glaube ich, entweder noch das riesige Mega-Metzel-Filetiermesser Ähm Oder Ähm Den Proteinisierer Muss man mal gucken So, ich hätte Bock potenziell Aber noch nicht Ich bin noch nicht ganz überzeugt Und Sekündchen noch Ähm Doch, Überzeugung ist da Auf geht's Autotech 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 Und weiter geht's Und Zack 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 Slash, Q Deswegen max Wir'n Heal Habt ihr das gesehen, Leute Scheiß auf die 20 Getbalanced arts Scheiß doch drauf Hauptsache hauptsache ihr sterbt nicht zack outplayed outplay schlag outplay schlag zwei outplay schlag drei und der outplay schlag vier sehr gut so er ist hier was macht er wir fliegen einfach mit very harter champions so hartes champ so hart champ so da oben geht noch mehr ja sache da bin ich doch dabei lebt denn der alte dreven michel noch dreven michel noch drehen tut doch nicht so irgendwie fehlt mir aber es dauert immer so lange hätte ich schon bock eigentlich aber na ja da bin ich dabei ja immer dabei so was hat die regel hier gerade geschrieben you are all such pussies i wish i had one then at least i had an master yeeskin so gut haben wir das geklärt fronten sind geklärt schwert ist gekauft sehr gut so weiterer punkt in die e in stile wujoo wir haben meditation wir haben kolpo alpha und agilita superiore superiore heißt so viel wie der gegner stürzt so ich hab bock tatsächlich aber kein ghost oh ja da sehe ich mich 1 mc so und ging es drauf wir machen autotag und zu hinterher gejagt zack autotag 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 red buff ist leider nicht da aber ihre liebten auch ich kann ich kann sie beten sie denkt jetzt im haus ist massi solo hp und dann mache ich einfach so und dann mache ich den autotag und dann mache ich noch einen und dann mache ich noch ein und dann ist sie einfach tot schön wie ich sie outplayed habe heftiger die sagt also es ist also man muss halt wirklich auch wissen wie es geht einfach mal was das für drake er dann er da bringt mir nix rüstung assistenz muss interessiert mich gar nicht so dann machen wir jetzt den taur hier kaputt ja geht weg jetzt bitte gehen sofort bitte gehen sofort ok sehr gut wie viel brauchen wir verbufft sich schwert 2 1 wir haben immer noch karl 14 am an hilfe was habe ich gesagt 2 1 ok dann nehmen wir die dinge im fix mit fix mitgenommen ja ganz fix ja wieso werde ich jetzt gepinnt ich bin wichtiger spieler nur weil ich fehlen hier schaffst du es auch ohne mich gerade gut ähm dann findet ihr jetzt ist da sehr gut jetzt ist die frage was bauen wir eigentlich müsste mir noch schneller rennen ich wollte ja schnell rennen also ich bin sehr schnell lass uns ehrlich sein aber bisschen schneller wäre noch geil jomo's schleichten jungen jetzt alle jetzt alle abrasieren da bin ich dabei das ist meine zeit das ist immer ganz wichtig leute ihr müsst erst euer ganzes team sterben lassen weil dann könnt ihr richtig krass aufräumen hier mit den king gekillt ja und jetzt denken alle wo es ist massiv ist so best player no problem for carry kann man dann direkt schreiben alle schauen jetzt auf einen zu und jetzt habt ihr jetzt habe ich schon vier honos sicher fünf honos sieben honos acht honos zack 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 im loading spree oder nachher im end screen steht nicht wie viele drachen man hat da steht nur wer wie viele kills hat ich weiß nicht wie sie schafft aber ich nehme die ich nehme diesen preis an auto tech e auto tech auto tech auto tech q was ja ich hatte keine old leute ich hatte ich nicht hatte ich nicht keine old hatte sie und glaubt schon oder das kann oder das oder das oder das fünf stecks noch was wollen wir jetzt was habe ich gesagt was wollte ich machen was wollen wir tun jomo's eventuell aber ich bräuchte ich meine wenn der gegner langsamer ist bin ich gleichzeitig schneller ist auch eine gute logik oder ich brauche mehr krit ganz ehrlich ich habe jetzt 50 krit ich brauche mehr krit das heißt wir gehen essenz riva essenz riva macht dass ich mehr ultimates habe heißt ich bin öfter schnell oh ja oh ja und ging es auf auto tech hat das an wie lustig auto tech da geht es direkt weiter kommt schon nein 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 komm komm bitte stell ich stelle ich stelle ich bin schneller als du miau ok hat mich übel was ist passiert immer noch auch leute ich kann auch leute was ist passiert hat er mich gekriegt hat er mich gekriegt hat ich glaube er hat mich einfach erst 25 prozent hat mir einfach den gesichtsschuss des lebens gegeben wenn einfach explodiert aber das hat er davon this you have on from this having so ja scheiße geben wir müssen die fünf stecks jetzt hier abbauen leute wie viel kosten das ding was ich kaufen will essenz riva 3 3 ich meine mit der senz riva könnten wir wir könnten auch viel jetzt full cdr noch gehen weil dann könnten wir die ganze zeit springen 24 7 non stop spring style ähm wäre actually very good or even will mir hier meine beute streitig machen schnell 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 gibt mir die kanone reportet so kommt schon jetzt kommt der kampf wie viel geld 33 guck mal wir haben wir haben zwei buftig vielleicht können wir jemanden wir machen wir verstecken und wir dingsen wir trappen so ihr habt mich gesehen aber diesmal diesmal mache ich sie kaputt diesmal mache ich sie kaputt auto tech 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 ghost wegrennen mann was will denn der komische graves hier ich hätte die diesmal gekillt ganz sicher was will der graves denn da diesmal hatte ich sie gut ich glaube ich brauche lifestyle ich habe lifestyle warum stil ich so wenig live also jetzt mehr lifestyle oder nehmen wir machen es sind lustiger mehr springen ist lustiger so 2000 mann ich viele nur noch wie viel drachen haben die zwei so leute wir brauchen jetzt den erddrachen hier so da renne ich jetzt runter ist mega ist mega okay der stirbt leute kann ich jetzt mal ich kriege halt keine farm einfach 136 wir haben aber alle keinen fahren nur riven die klaut einen einfach das farm immer so okay sie ist schon level 16 wir nehmen jetzt hier mal so 23 waves mit bis wir es sensual haben nach das schon wieder weg scheiße wollen auf jeden fall den nächsten dran ganz dring ich glaube ich glaube wenn ich jetzt ein bluetooth verkauft könnte ich von der stanz eigentlich auch gut der stanz oder noch ein storm racer mit storm racer seit mal 100 prozent krit ich meine 12 prozent lifestyle sind 12 prozent lifestyle das reicht je mehr ad ich habe umso mehr lifestyle ich ja auch kann man das so sagen also jahren dance dance mit phantom dance natürlich aber schon sehr stark können wir machen da können wir carol töten bisschen gefährlich da aber die machen wir jetzt die mal diesmal diesmal machen solo weggezolot nice das hat sie davon und jetzt können wir direkt baron machen glaube ich ich habe auch habt ihr das gesehen wie ich richtig nahtlos die flash into this life das ist was ist was das ist das was so bin ich warum explodiere ich immer so heftig so wir brauchen jetzt der stanz ganz dringend ich glaube ja ich meine ich stehe man sein gesicht nicht das war nicht mal etwas wo ist ach da auto tech 1000 warum tötet den shit shit aber okay ich glaube sobald wir der stanz haben sind wir auf der gesicheren seite leute ich hätte die spagetti der ist sehr gut ich meine ritten ist noch relativ strong riven ist ja wenn es ein bisschen behind eigentlich sind wir relativ fein also auch hier morgana die macht immer gute beins guck da ist das nächste richtig 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 okay okay euch kommen kann mir kann mir kommen das ist genau meine das ist genau meine arbeit dass sie hat nämlich jetzt bock und ich komme jetzt hier im turbo carrera modus und weiter jetzt macht diesmal gibt es rache 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 das gibt es nicht vielleicht muss ich zwischendurch eine weh machen aber das bringt auch ja vielleicht ich meine hat ja nur zwei schuss aber er lädt auch relativ ja das geht aber wie kann der der ist sagt der sechs kills wie kann ich denn jedes mal okay ich meine hat ich explodiere einfach mal seine old macht 400 aber sein auto tech einfach 1000 wie kann ich denn ich der müsste doch sofort in der sekunde sterben der gegner tut gut gegner mit der stanz habe ich ihn aber leute aber guck mal der kann auch noch zwölf items bauen money 2600 der scheiß ich könnte auch einfach botlane durchgehen wir brauchen den drake by the way we drake dann rennen wir mal runter wir gehen jetzt einfach botlane durch und der der mich fighten kommt den töte ich ich kann jetzt jeden töten cover also ich glaube sie hat thornmail das heißt gegen sie habe ich gar keine chance mehr glaube ich weil dadurch habe ich keinen hier mehr und ich töte mich einfach komplett und ich glaube die werden aber wir gehen jetzt trotzdem ein bisschen hier unten durch weil wir brauchen zum einen das geld ich glaube ich muss zum team nee wir gehen jetzt unten durch wenn eine entscheidung getroffen ist dann muss man die entscheidung durchspielen ich glaube bern ist jetzt weg machen wir mal punkt in die e nummer ein ja da kann ich jetzt nicht sagen da bin ich zu weit weg das beste was ich jetzt machen kann ist eventuell ich weiß nicht ob das reicht wer mir das heißt wir haben eh kein nicht mehr zu hohe cooldowns jetzt einfach das ding hier kaputt vielleicht kriege ich hier noch was aber ich glaube nicht ich glaube nicht so richtig das liegt doch nicht der aber ich muss das nehmen ich muss das nehmen ich muss mit dem okay jetzt rennen 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 ok ja ob das wir verweich nicht aber es haben jetzt auch alle get清 tot alle get清 shit wir haben aber in leichter stanz fertig vielleicht haben wir noch nicht verloren riven lebt noch riven ist stark riven ist strong meine freunde ja das war's leute ja aber wir haben ja ich weiß auch nicht so ein full apelies bild ich bleibe das jetzt nicht auf elise weil ich bin jetzt auch richtig oft so useless gestorben aber ja also full apelies finde ich jetzt nicht so geil also mit rabattons und so aber machen wir ja kein auge vielleicht kann ich noch einmal den show light in case okay das war's gut schade war trotzdem eine tolle runde war trotzdem lustig und es hat spaß gemacht das ist ja das wichtigste ja ich hoffe es hat euch aufgefallen ich würde dir einen vorn tag danke fürs zu sehen auf wiedersehen tschüss goodbye und miau miau